Wie lange hält eine Knieprothese und welche Erfahrungen haben Sie? Eine Knieprothese, wir nennen das Oberflächenersatz am Knie, hält im Schnitt ca. 15 Jahre. Es gibt dazu zahlreiche Untersuchungen. Nahezu alle Endoprothesen werden nachverfolgt, insbesondere die hier operierten im Endocenter. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Oberflächenersatz am Knie, insbesondere mit denen, die wir über den sogenannten minimal-invasiven Zugang implantiert haben. Nicht nur die Haltbarkeit ist enorm lang, sondern auch die schnelle Rehabilitation ist uns besonders wichtig. Sie können aber damit rechnen, dass der Oberflächenersatz am Kniegelenk, wenn keine Komplikationen auftreten, bis zu 20 Jahren problemlos hält. Ein Wechsel ist dann ebenfalls heutzutage schon problemlos möglich. Ich möchte mir nicht vorstellen, welche Möglichkeiten wir in 20 Jahren haben, die es uns weiter erleichtern werden, Wechseloperationen durchzuführen. Haben Sie Beschwerden mit Ihren Gelenken, mit Ihrer Hüfte, mit Ihrem Kniegelenk? Haben Sie Einlaufschmerzen? Würden wir uns freuen, Ihnen kompetente Hilfe anbieten zu können im Endocenter Frankfurt. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 069 78 80 27 02 oder kontaktieren Sie uns über das Internet www.endocenter.de. Wir freuen uns darauf.